Sie haben eine einzigartige Geschäftsidee? Sie wollen sich jetzt auf den Weg machen und Ihr eigenes Unternehmen gründen? Wussten Sie eigentlich, dass nur ungefähr jedes zweite Unternehmen die ersten Jahre überlebt? Mit meinem Online-Kurs die acht größten Fehler von Unternehmensgründern und wie Sie diese vermeiden, werden Sie die Herausforderungen gerade in den ersten Jahren Ihrer Unternehmensgründung meistern. Erfahren Sie, warum das Geldverdienen allein nicht im Vordergrund stehen sollte. Oder erfahren Sie, warum mangelndes Marketingwissen oder eine falsche Positionierung gerade im 21. Jahrhundert Ihr junges Unternehmen sehr, sehr schnell in die roten Zahlen führen kann. Woher ich das weiß? Mein Name ist Paul Misa und ich bin seit mehr als zwei Jahrzehnten erfolgreicher Entrepreneur, Unternehmer und Investor. In diesen Rollen habe ich bereits zahlreichen Unternehmen aus der Krise zum Erfolg verholfen. Ich musste aber auch selbst sehr viel Lehrgeld bezahlen. Darüber hinaus vermittle ich mein Wissen als Redner und Speaker of the Year regelmäßig auf Kongressen und anderen Großveranstaltungen. Mein Ziel ist, ich möchte, dass Sie die Spielregeln des Erfolges verstehen, für sich nutzen können und nicht alle Fehler selbst machen müssen, wie ich gemacht habe. Dafür lernen Sie unter anderem Folgendes. Was sind die besonderen Anforderungen an Unternehmensgründer heute im 21. Jahrhundert? Was hat die eigene Leidenschaft mit dem Unternehmenserfolg zu tun? Und nicht zuletzt, wofür benötigt Ihr Unternehmen eine Wachstumsplanung? Bei all diesen Themen unterstützt Sie die adaptive Lernplattform von Lecturio. Sie können lernen, wann und wo Sie wollen, ob in der Bahn, auf dem Sofa oder im Park. So entscheiden Sie selbst, wann und wie häufig Sie Ihr Wissen erweitern und festigen wollen. Wollen Sie zu den Unternehmern gehören, die die größten Fehler vermeiden? Und wünschen Sie sich, dass Ihr Unternehmen die ersten Jahre erfolgreich wächst? Dann lade ich Sie jetzt herzlich zu meinem Online-Kurs ein. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Kurs Die acht größten Fehler von Unternehmensgründern und wie Sie diese vermeiden. Jetzt ganz ehrlich gleich zu Beginn eine Frage. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, eine Versicherung abzuschließen, die Sie vor dem Schlimmsten bewahrt als Unternehmer, die Ihnen zusichert, dass Sie nicht scheitern werden, hätten Sie da Interesse, diese abzuschließen? Ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Ich sage jetzt mal, wer würde das nicht tun? Ja, leider die schlechte Nachricht zu Beginn. Diese Versicherung kann ich Ihnen nicht anbieten. Ich kann Ihnen aber aus meiner Lebenserfahrung und aus der Erfahrung vieler Unternehmer, mit denen ich zusammengearbeitet habe, einiges berichten und einige Fehler berichten, die Sie vermeiden können. Manche von Ihnen werden wissen, ich habe als Unternehmensberater einige Jahre gearbeitet. Ich habe auch Unternehmen als Investor gekauft, die in wirtschaftlichen Turbulenten und Schwierigkeiten waren. Und ich habe mir auch ganz genau immer angesehen, warum sind diese Firmen in Schwierigkeiten geraten? Und die nächste Frage ist natürlich, wie kann man es vermeiden, die gleichen Fehler zu machen? Ja, also die Lernziele dieses ersten Kurses und die möchten wir uns jetzt mal anschauen. Die größte Gefahr oder eine der größten Gefahren, sage ich jetzt einmal, dass sie sich im falschen Teich, im falschen Ozean bewegen, dass sie von ihren Mitbewerbern gefressen werden. Das wollen wir natürlich nicht. Die zweite Gefahr, die ich bei sehr, sehr vielen Unternehmern beobachten konnte, ist, dass sie zu klein gedacht haben. Das wollen wir auch nicht. Wir wollen, dass sie groß denken lernen als Unternehmer. Und die dritte Gefahr, die für ihr Geschäft vielleicht auch relevant sein könnte, dass sehr, sehr viele Unternehmer, und das habe ich immer wieder beobachtet, der Meinung waren, das Internet oder das Evernet, wie ich es auch gerne nenne, ist nichts für ihr Unternehmen. Und auch das werden wir uns jetzt anschauen in diesem ersten Teil, warum das gegebenenfalls nicht so ist. Lassen Sie uns vielleicht ein bisschen in die Historie gehen. Ich erzähle Ihnen jetzt nichts Neues, aber ich möchte, dass Sie ein bisschen noch dieses Gefühl kriegen für die Entwicklung der Gesellschaft als solches. Ich möchte, dass Sie ein bisschen in die Historie gehen können.